Ja, Grüße, Sevenhaven hier und zwar heute mal mit einem außennatürlichen MotoVlog, weil es ist arschkalt. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich habe unter diesen Handschuhen, habe ich zwei Unterhandschuhe an. Ganz zu geschweigen, wie ich darunter ausschaue, also ich habe extra meine Rollerjacke vom Papa an, so blöd es klingt. Die ist mir natürlich um Hausen zu groß, aber ist scheißegal. Ihr schaut seh nur nach vorne und nicht auf mich, weil ich schaue ungefähr aus wie ein Mischleumännchen. Ah, herrlich. Gestern war ich ausfahren mit einem Freund, war super lässige Tour, knapp 200 Kilometer ein bisschen dahin burnen, aber man hat extrem gemerkt, Reifen passen einfach nicht mehr, also meine Reifen passen einfach nicht mehr. Und da komme ich einfach heute zu einem MotoVlog, der, ich möchte fast sagen, mir empfohlen worden ist oder mir der Anreiz gegeben worden ist, diesen MotoVlog zu machen. Und zwar, Punkt eins, an alle, die mir so unglaublich nett zurückgeschrieben haben, ja, sogar persönlich auf Facebook, dass meine Arbeit toll ist, ja, also die jetzt in letzter Zeit, all ihrjenigen, ja, die ihr von Anfang an meinen Channel abonniert habt, euch werde ich nie vergessen, ja, nie. Und all diejenigen, die jetzt schreiben, wow, ihnen hat das geholfen, mein Testbericht, wow, Sonne, mein Testbericht der CP650F für eine Kaufentscheidung oder dass sie sich einfach etwas überlegen haben können. Forms up, wirklich, 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 weil das ist genau das, was ich erreichen will, ja. Es gab Leute, die haben mir geschrieben, total nett, ja, ich hoffe, du kommst da mal riesig groß raus, ja, wo ich mir denke, ja, bis zu einem gewissen Grad wäre das, wäre das echt nett, eine gewisse Größe zu erreichen, aber das ist nicht mein Ziel, ja, also mein Ziel, mein Ziel ist es nicht, YouTube Millionär zu werden, mein Ziel wäre es, die Arbeit und die Zeit, die ich investiere, damit ich euch helfen kann, damit ihr vielleicht unterhalten werdet, ein bisschen was zurückzubekommen, ja, das wäre einfach ein schönes Goodie. Und das passiert aber zur Zeit, obwohl ich, ähm, 120, ähm, oder 125, oder 126 Leute mich abonniert haben, ja. Kommen wir zum eigentlichen Thema, ähm, Honda CP650F, warum, 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 warum? Und zwar es ist, wie ich es schon einmal ganz am Anfang meiner Motor Vlogs diese Saison erzählt habe, ich bin sehr viele Motorräder gefahren, von Kawasaki, Suzuki, BMW, ähm, Ducati, Triumph und das Besondere an der Honda, an der CP650F, ja, oder negativ, wie man es sehen will, jeder, jeder Hersteller hat einen gewissen, einen, hallo, einen gewissen, ähm, wie sagt man es, ein gewisses Special, wo sie in etwas besonders gut sind, ja, Ducati zum Beispiel, wow, fetter Flieger, Triple Seven, ähm, Ducati zum Beispiel, einen ordentlichen Bums, ja, dafür ist das Fahrwerk so ein bisschen schwammig, ähm, KTM, ja, jeder hat so seine Vorurteile und zu, und zu seinen, sein Superspecial, ja, und damit zeichnen sie sich aus, ja, was halt einfach besonders ist, und allem in allen, ja, ist die Honda CP650F, ja, oder die CP1000, ja, ein Motorrad, das eigentlich in nichts besonders sicher vorsticht, ja, also nicht wo man sagt, das Fahrwerk der Honda CP650F ist ein Wahnsinn, ja, nein, ähm, es ist alles so abgerundet, ja, das heißt, die Honda ist stabil in jeglicher Lage, sie hat ein sehr solides Fahrwerk, sie hat sehr solide Bremsen, mit solid meine ich jetzt nicht, dass sie was aushalten, sondern dass sie, ähm, sehr gut sind, ähm, das Fahrwerk, also das Fahrwerk, die Bremsen, ähm, das Handling, äh, das ist alles bei Honda so absolut, ähm, ein bisserl höher, aber jetzt nicht so, wo man sagt, bist du deppert, das Fahrwerk ist der absolute Wahnsinn, ja, das nicht, aber eins ist klar, das Fahrwerk ist wirklich, wirklich top, ja, also, muss sagen, alle, die ich so gefahren bin, das hat halt alles so seine Vor- und seine Nachteile, ja, äh, im Endeffekt, ja, auf das, was ich eigentlich hinaus will, ist, für mich ist es die, die CP, die CP650F geworden, weil, ähm, einfach dieses Allround-Thema stimmt, ja, vor allem für mich als Anfänger, ja, also, wie neue vielleicht noch nicht wissen, ich habe meinen Führerschein erst seit letztem Jahr, also 2015 im August, also so Ende August gemacht, und bin jetzt circa, äh, 30.000 Kilometer ungefähr gefahren mit dem Motorrad, also, ich kann schon ein bisschen Motorrad fahren, aber das habe ich mir halt alles erarbeitet, und wie habe ich mir das erarbeitet? In der Form, in dem ich klein begonnen habe, und als ich mich dann entscheiden konnte, weil es sich so ergeben hat, ähm, welches Motorrad nehme ich mir, stand ja die BMW hoch im Kurs, nur war da das Gesamtthema einfach noch nicht stimmig, weil, für mich waren Themen wichtig, wie zum Beispiel Vollkaskoversicherung, ähm, für mich waren Themen, ähm, oder für mich war es ein Thema natürlich auch, äh, die Versicherung selbst, ja, dann, ähm, wie schwer ist das Motorrad? Ähm, das sind alles so Sachen, wie leicht ist es zu bedienen, wie ist das Handling? Und in der, in der Form, ähm, gibt es eigentlich kaum Motorräder, ja, ähm, natürlich muss das, äh, das Aussehen auch mitstimmen, das ist eh klar, ja, also ohne Aussehen macht das ja auch keinen Spaß, und das Alm in Alm, ja, ist halt die CP650F ein, 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 ein wirklicher Allrounder, ja, und man muss sich nur anschauen, was nächstes Jahr von Honda rauskommt, also Honda bringt ja 22 neue Modelle hinaus, ja, das heißt jetzt nicht, dass es, äh, eine 400er, 500er, 600er, 700er, 800er gibt, sondern zum Beispiel von der Storm, äh, kommen drei verschiedene Modellarten heraus, ja, von der African Twin, ähm, und so weiter und so fort, ja, die 1300er wird übermöbelt, äh, ich glaube die CP650F wird auch angegriffen, ähm, das sind alles Themen, äh, die, die wir... Wirklich, äh, interessant sind, und schon wieder so ein gescheiter Bob, Maria, ihr habt's, ach, ich, ich versteh's nicht, ich glauben die alle, ich bin ein Rollerfahrer oder so, ja, das ist echt ein Wahnsinn, ähm, und da ist die, die Honda CP650F halt wirklich, ähm, ein Naturtalent, also, sie bietet einfach das von jedem, ja, sie hat ein bisschen, sie hat einen Touringtouch, sie hat einen Sporttouch, ähm, von allem etwas einfach, ja, und das war eigentlich dann im Endeffekt der Grund, wo ich gesagt habe, okay, die nächsten drei Jahre, ja, möchte ich dieses Gerät fahren, zum Lernen, zum Ausprobieren, zum Wissen, was wird mein nächstes Motorrad, weil eins ist, eins ist sicher, und das ist, äh, so in der Form, ja, nicht gegeben, ähm, bei mir, ähm, ich, ich möchte mich gern aufarbeiten, ja, weil es bringt mir nichts, wenn ich mir jetzt eine Honda 1000 kaufe, ja, und dann im Endeffekt nach drei Jahren da stehe und sage, ja, okay, was kaufe ich mir jetzt, wieder eine 1000er, es wird sich nicht viel ändern, ein bisschen Fahrwerk, ein bisschen da, ein bisschen dort, und so möchte ich mich einfach langsam an, an meine Wohlfühlklasse heranarbeiten, ja, also ich möchte ganz klar sagen, ähm, die auch reichen, ja, also, ja, ich bin, äh, letztens mit der Honda 1000 gefahren, ähm, also CP1000R, ähm, ja, was soll ich sagen, ja, also, ähm, das war halt in, insofern, äh, ganz, ganz interessant, weil du im Endeffekt wirklich am, am, am Gashahn nur so, so gemacht hast, also, ich fahre jetzt in der sechsten, ja, ähm, und das Ding ist abgegangen, und du warst schon fort auf 160, 170, also alles kein Thema, absolut geile Geschichte, ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass es für mein Fahrkönnen, ähm, noch zu viel ist, ja, oder für mein, sagen wir, draufgängerisches Verhalten manchmal, ja, also einfach sich, ähm, noch nicht vernünftig genug, drückt man es so aus, ja, und ich nehme das halt schon sehr ernst, ja, und das, was natürlich, ähm, ganz klar ist, ist, äh, in drei Jahren sollte ich, äh, sollte ich, äh, sollte ich mein Motorrad verkaufen oder mir ein anderes suchen, ähm, Honda hat einen, einen wirklich, äh, Entschuldigung, äh, hat einen wirklich guten, äh, Wiederverkaufswert, ja, weil die Dinger sind einfach grundsolide, ähm, sicherlich gibt es ja mal ein Montag, äh, am Montag Motorrad sozusagen, aber im Endeffekt sind die Dinger grundsolide, ja, die fahren, ja, und das alles im Allen, ähm, lasst mich das Ding nie in Stich, äh, es hat seine, seine absoluten Vorzüge, es gibt auch Negatives, das werde ich mal, äh, in einem Motorvlog machen und zwar eh relativ bald, ähm, werde ich euch einmal so meine, ähm, ähm, mein Wunschmotorrad, ja, und was sind so die, 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 das Negative an der CP650F, was sollte man sich überlegen beim Kauf, ähm, werde ich euch, äh, in einem Motorvlog von Winter präsentieren, ähm, das Ganze ist schon aufgenommen worden, äh, bin ja in der Gegend herumgedirndelt, ähm, um darüber zu reden, ähm, war gar nicht von so langer Zeit, ähm, hoffe, hoffe, es wird euch, es wird euch was bringen, ähm, kommen wir zurück, äh, das sind, das sind also so diese, diese Kernpunkte, ja, also nochmal zusammengefasst, Kernpunkt, ein grundsolides Motorrad, absolut leicht zu handeln, ja, also wirklich ein Wahnsinn, Vierzylinder war für mich ausschlaggebend, äh, Versicherung, ähm, ist hervorragend mit PS und Kubikzahl, ähm, der Wert des Motorrads, ähm, und die Fahrwerksabstimmung grundsätzlich wirklich grundsolide, und wenn man sich dann Pannenmarkt umschaut, dann kommt man relativ bald einmal an seine Grenzen, weil entweder man gibt wirklich, wirklich viel Geld aus, ähm, oder, ach, der googelt, ähm, oder, ähm, man, man beginnt einmal klein, ja, bis man halt sein, bis man halt sein, sein Motorrad hat, ja, und das ist eher meine Devise, ja, also sukzessive nach oben arbeiten, weil mein Motorrad ist bezahlt, das heißt in, in drei Jahren, keine Ahnung, werde ich kriegen, 5000 Euro circa, schätze ich, also das wird es sicherlich wert sein, wenn man es gut pflegt, äh, mit diesen 5000 Euro kann ich dann wieder zum Handeln beginnen, ähm, und die nimmt man auch keiner weg, ja, also wahrscheinlich wird es Motorrad sogar 6000 Euro wert sein, äh, das muss man sich anschauen, ja, es kommt drauf an, Kilometer und hin und her, ähm, man wird sehen, ja, also sagen wir ungefähr 5000, dann nimmt man diese 5000 Euro und in drei Jahren sollte man sich doch ein bisschen was weggespart haben vielleicht, oder man kauft sich ein gebrauchtes Motorrad, ähm, und dann schaut man einfach weiter, also, das ist Seven Heavens Logik, warum ich mir nicht gleich mein absolutes Super Traumbike kauf, um, x, 10.000 Euro, ähm, weil es einfach das auch tut und ich mit dem wirklich, wirklich an Heiden Spaß habe, ja, also, das ist halt, das ist einfach so, ja, und, äh, da lüge ich euch nicht an und das ist keine Schönrederei, ähm, ihr braucht es nur in den Foren lesen, äh, das ist einfach eine geile Geschichte, das Bike, ja, also, es ist einfach grundsolide, es macht Spaß und somit macht man sicherlich keinen Fehler, wenn man sich das Bike kauft, ja, und ich glaube, dass es auch ein Bike ist, das man absolut gebraucht kaufen kann, ja, also, ähm, in diesem Sinne, ähm, meine Geschichte zur Honda CP650F, ähm, warum ich sie mir gekauft habe, ja, also, es ist nicht nur das Aussehen, ähm, ich habe mir sehr wohl was dabei gedacht und musste aber auch auf einiges verzichten, ja, weil, sind wir uns ehrlich, es ist halt jetzt nicht, dass, äh, das Bike um 13.000 Euro, wo man, weiß ich nicht, Quickshifter und sonstige Sachen hat, das gibt es halt einfach nicht, ja, ähm, aber dazu in meinen anderen Motor-Vlog und ich wünsche euch, äh, in diesem Sinne einen wunderschönen Tag und, äh, verlasse euch mit diesen herbstlichen Bildern und sag danke für euren Support, alles Liebe, euer Seven Heaven.